Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal wieder Danke sagen und am Ende vom Video gibt es natürlich auch wieder eine neue Verlosung für euch Abonnenten. Ja, zuerst mal vielen Dank, wir haben es geschafft mittlerweile 146 Facebook-Fans auf meine Seite zu kriegen, das freut mich natürlich extrem. Und des Weiteren, vor allem, das ist eigentlich das Wichtigste, wir haben mit YouTube in meinem Kanal schon über 600 Abonnenten. Und das verdanke ich natürlich nur euch, hätte ich euch nicht, die meine Inhalte tatsächlich teilen, anderen Leuten zeigen oder halt auch abonnieren, dann gäbe es den Kanal vielleicht gar nicht. Dann wäre der gar nicht jetzt so, ich sag mal, groß geworden. In Wirklichkeit gibt es natürlich ganz andere Kanäle, die eine Riesenmenge an Zuschauern haben, aber darum geht es mir ja gar nicht. Ich wollte euch ja eigentlich nur zeigen, was ich so mache im Spiel und ein paar Tipps und Tricks von mir ausgeben. Und mittlerweile würde ich sagen, mit so vielen Leuten macht es natürlich noch viel mehr Spaß, wie ich sag mal mit 100 oder mit 50. Und ja, ich muss echt sagen, in den letzten 5 Monaten, was ihr geschafft habt, wie schnell das ging, von ich glaube 100 Abonnenten im Februar auf mittlerweile jetzt halt diese 600 Abonnenten schon. Also es steigt stetig, es wird immer besser, es klappt immer mehr, ich kriege immer super tolles Feedback von euch. Ihr sagt mir, was ihr braucht, was ihr wissen wollt und genau so soll ein Kanal funktionieren, genau so soll die Zusammenarbeit funktionieren, wie ihr das macht. Deswegen weiterhin schreibt mir in eure Kommentare, was euch interessiert, was ihr sehen wollt, was ich besser lassen sollte etc. Natürlich kann ich nicht auf jeden Wunsch einzeln eingehen, aber wenn ich ein paar Dinge öfters höre, sagen wir mal, dann kommt mir natürlich gleich, wie soll man sagen, so ein kleines Lichtlein geht mir dann auf und dann weiß ich, okay, hey, die wollen vielleicht mehr von dem sehen oder mehr von was anderem sehen. Gut, das war es erstmal zu dem, jetzt geht es ums Gewinnspiel und da wird es interessant, denn dieses Mal verlose ich, ja, und jetzt zuhören, jetzt wird es nämlich spannend, ein Monats Spielzeit für euch. Ich hoffe natürlich, dass es wieder was, was euch gefällt. Ich dachte einfach mal, dieses Mal kein Mount, dieses Mal kein Kohle, Faust, Grundling, sondern mal einen Monats Spielzeit. Wie das funktioniert und zwar, es wird natürlich wieder ein Gewinner ermittelt am Ende dieser Laufzeit. Ich würde mal sagen, wir machen zwei Wochen ab heute und ja, ist die Laufzeit dann quasi rum, werde ich wieder schauen, wer von meinen Abonnenten geliked hat und einen Kommentar gesetzt hat hier in diesem Video und diese Leute übernehme ich dann in meine Liste, wie im letzten Video, wo ich was verlost habe. Und ja, dann bekommt der eine quasi die Spielzeit. Wie das funktioniert, er muss mich dann, wenn ich ihn genannt habe, in YouTube einfach eine Nachricht schreiben an mich und dann, wenn er die Nachricht geschrieben hat, dann sein Battletag natürlich mir geben, dann adde ich ihn, dann treffen wir uns hier auf Eredar, er kriegt so viel Gold, wie aktuell die Spielmarke kostet und dann kann er sich quasi einen Monats Spielzeit kaufen. Wenn jemand von Eredar ist und sagt, er will aber lieber das Gold haben, dann darf er auch nur das Gold haben, er muss sich keine Spielzeit davon kaufen. Im Moment sind es ungefähr 50.000 Gold, das schwankt immer so, ich werde es natürlich dann an dem Tag, wo er es kriegt, festmachen, weil es bringt ja nichts, wenn ich jemand 50.000 Gold auf Eredar gebe und nachher kostet das Ganze 50.000 und 300 Gold und dann hat er keine 300 Gold mehr und dann kann sich das nicht kaufen. Ne, so machen wir es nicht, ich gebe euch genauso viel Gold, wie ihr dann später dafür braucht. Ich hoffe natürlich, ihr seid wieder so fit und seid wieder so aktiv dabei, bitte teilt natürlich auch wieder meine Videos und einfach dieses Video hier liken, einfach da unten den Like-Button setzen und einen Kommentar rein machen, warum euch irgendwas, ihr dürft einfach kommentieren. Wer keinen Bock hat, mir ein Feedback zu geben, kann auch einfach schreiben, ich mache mit oder danke oder super oder gut oder schlecht und trotzdem seid ihr dann alle in der Verlosung dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute, ich hoffe, ihr macht alle mit und natürlich freue ich mich schon auf den glücklichen Gewinner. Bis dann, ciao!